Bei Maischberger saß der Journalist Käsrau Berotz. Laut seinem Twitter-Profil ist er Journalist und Produzent bei Undan. Zitat, Migration hat ihn zum Mitläufer gemacht, Thüringer Allgemeine. Der gute Mann hat bei Maischberger gesessen und hat dort Folgendes zum Besten gegeben. Immerhin geben sie Geld und ich glaube, und das tun wir ja auch, und ich finde es gehört, das muss man auch dazu sagen, zur Würde eines Menschen dazu, wenn wir sagen, das ist das Geld, was du für dein Existenzminimum brauchst. Und wenn eine Person hier, die dazu gezogen ist, hier nach Deutschland gekommen ist, entscheidet, dass sie aus diesem Geld, was ihr zusteht, 10% nach Hause schickt, ich sage das mal ganz konfrontativ, dann ist das in Ordnung. Dann ist das ihr gutes Recht, das zu machen. Das ist ihr Geld, was wir ihr zugestanden haben. Und das sollte sie machen dürfen. Wenn sie sagt, ich möchte meine kranke Mutter in Afghanistan unterstützen, weil sie gerade dort krank ist und sie hat da nichts, dann soll diese Person die Möglichkeit haben, dieser Mutter zu helfen. Das sage ich auch quasi aus meiner persönlichen Erfahrung, aber auch eben das, was ich auch so höre, nämlich dass dieser Wunsch, dass man diejenigen, die man zurückgelassen hat, dass man ihnen weiterhilft, natürlich da ist. Dazu muss man auch sagen, dass das Problem nicht so groß ist, wie es gemacht wird. Weil das Geld, was hier rausgeht, ist nicht so wahnsinnig viel, vor allem auch, weil es auch nicht so wahnsinnig viel Geld ist. Also auch diese Sozialleistungen gegeben werden, sind zwar höher als woanders, aber damit können sie sich auch kein rosiges Leben basteln. Ja, der Mann ist der Meinung, dass das Geld vom Existenzminimum, was wir diesen Menschen zugestehen, also jedem in Deutschland, auch über das Bürgergeld, auch was wir den ganzen Ukrainern einfach so geschenkt haben, aus welchem Grund auch immer, der Status, die Bezeichnung des Bürgers, hat anscheinend überhaupt gar keine Bedeutung mehr, aber das ist nochmal ein Thema, glaube ich, für ein eigenes Video. Er ist der Meinung, sollte den Menschen zustehen, 10% von dem, das ist natürlich nur ein Beispiel, nach Hause, nach Afghanistan, in die Heimat zu schicken. Und er sagt auch, das wäre gar nicht so viel. Wir wissen derzeit, der Satz liegt etwa bei 500 Euro für Asylbewerber in Deutschland, laut dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und ihnen stehen halt eben diese Bargeldzahlungen zu. Und nach einem gewissen Zeitraum steht ihnen sogar zu, dass sie verpflichtend Bargeldleistungen erhalten, statt Sachleistungen, das wurde jetzt zuletzt bei der Bezahlkarte, häufig diskutiert, habe ich auch schon ein paar Beiträge dazu gemacht. 10% sollen also nach Afghanistan geschickt werden. Wenn wir diese 500 Euro nehmen, als groben Anhaltspunkt, weil sich damit schön rechnen lässt, sind das im Monat 50 Euro. In Afghanistan beträgt das jährliche Durchschnittseinkommen etwa 350 Dollar im Jahr. Wenn jetzt 50 Euro im Monat dazukommen, wir überschlagen das auch einfach mal 1 zu 1 auf Dollar, sind das 600 Dollar im Jahr. Das heißt fast das Doppelte vom jährlichen Durchschnittseinkommen in Afghanistan. Bedeutet, mit nur 10% von dem, was dann von unserem Steuergeld dorthin geschickt wird, verdreifacht man sein Jahreseinkommen. Wenn man, wie gesagt, vom Durchschnitt ausgeht. Zu behaupten, das sei nicht viel Geld, ist die erste dreiste Lüge. Der zweite Punkt ist, zu behaupten, es muss den Leuten zustehen, 10% nach Hause zu schicken. Nein, das Geld, mein Geld, euer Geld da draußen für diejenigen, die hart dafür arbeiten gehen, wird an diese Menschen aus Solidarität, wenn wir wieder bei dem Punkt der Freiwilligkeit, aber wird solidarisch verteilt, weil wir in einem Sozialstaat leben. Grundsätzlich ist das auch eine gute Sache, wenn das nicht missbraucht wird. Jetzt wissen wir aber auch, dass Migranten, viele der Menschen, die hier leben, es nicht besonders ernst nehmen mit der Bereitschaft, sich in die Gesellschaft einzubringen, indem sie arbeiten gehen und dann fleißig ihre Steuern zahlen. Auch das ist übrigens kein abgeschlossener Integrationsprozess, rudimentär die Sprache zu sprechen und einer Arbeit nachzugehen. Aber das wäre ja immerhin schon etwas mehr als der Zustand, den wir jetzt zu verzeichnen haben. Wenn wir als Sozialstaat Menschen Leistungen zugestehen und die sind am Existenzminimum, also daran orientieren die sich, und es ist dann möglich, davon eine gewisse Summe in die Heimat zu schicken, um unter anderem damit auch die Schleuser zu bezahlen, es gibt keine validen Zahlen dazu, weil es nicht untersucht wird. Zu behaupten, es sei nicht viel Geld, ist die nächste Lüge, weil wir es tatsächlich nicht wissen. Wir wissen, dass jedes Jahr viel Geld ins Ausland geht, wir wissen aber nicht die genaue Menge und wir wissen auch nicht genau, wie viel von diesem Geld aus dem Sozialsystem kommt. Denn die Zahlungen, die erfasst werden, brauchen erstmal eine gewisse Höhe. 100 oder 200 Euro im Monat werden nirgends statistisch bei irgendeinem Zahlungsdienstleister erfasst. Wenn ich einem Flüchtling, einem Migranten, einem Asylbewerber, der noch keinen Status hat, Leistungen zugestehe, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass er an der Grenze steht und Asyl ruft, dann müssen diese Leistungen das absolute Minimum sein von dem, was man braucht, um hier in Deutschland irgendwie klar zu kommen. Meiner Meinung nach dürfte es gar keine Bargeldleistungen geben, einfach aus dem Grund, dass sie nicht notwendig sein dürften. Derjenige kommt hierhin, über mehrere Ländergrenzen ist er geflohen, vor was auch immer, und dann wird hier geprüft im Eilverfahren, ob demjenigen Asyl gewährt wird oder nicht. Im Idealfall findet das natürlich im Ausland statt, aber sagen wir, sie haben es hierher geschafft, dann wird das im Eilverfahren geprüft, und wenn entschieden wurde, Antrag abgelehnt, dann geht es mit einem One-Way-Ticket zurück in die Heimat. Und das muss im großen Stil stattfinden. Das muss auch vor allem bei Menschen stattfinden, die sich hier schon aufhalten, die sich zu Unrecht hier aufhalten. Das muss geprüft werden. Und das ist ein Schritt von ganz, ganz vielen, um den Sozialhaushalt, das Sozialsystem, ordentlich zu verschlanken, um dann tatsächlich wieder auch den Menschen ausreichend helfen zu können, die es tatsächlich verdient haben, die darauf angewiesen sind, die unverschuldet in dieser Situation sind, oder aus irgendwelchen anderen Gründen dort derzeit aus diesem Sozialsystem nicht rauskommen. sondern diese Vermessenheit, mit der eingefordert wird, dass wir das zahlen müssten, dass wir neben der Entwicklungshilfe, die in Milliardenhöhe jedes Jahr ins Ausland verteilt wird, dass wir dann trotzdem noch von den Sozialleistungen, dass auch davon Geld als eine Art Entwicklungshilfe dorthin geschickt wird, das ist, also diese Dreistigkeit zu haben. Ich frage mich auch, das wurde übrigens auch da drunter in den Kommentaren gefragt, wo man solche Leute findet, die tatsächlich diese Meinung vertreten und dann in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk solche Sendungen wie zum Maischberger einlädt. Es ist mir ein Rätsel. Teilt mir auch dazu eure Meinung sehr gerne unten in den Kommentaren mit. Vielleicht ist ja auch jemand dabei, der sagt, hey, ich bin der Meinung, die Leute sollen mit ihrem Geld machen, was sie wollen. Und wenn sie alles davon in die Heimat schicken, dann ist das so. Ich bin offen, immer für Diskurs, für Debatte. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr in Zukunft nichts von meinen Videos verpassen wollt. Aktiviert die Glocke, lasst gerne eine Bewertung da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.